Ich bin es wieder. Ja, das Virus Corona. Ich muss doch mal sehen, ob ich jemanden anstecken kann. Oh, da scheint jemand zu kommen. Sieht aus wie die Pimpinella. Hach, die werde ich mal ordentlich anhusten. Aber jetzt verstecke ich mich erstmal, damit sie mich nicht sehen kann. Wo ist denn nur der Kasper? Hoffentlich kann der mir helfen. Prinzessin, wo bist du? Hallo, Prinzessin Pimpinella. Toll, dass du zu mir gekommen bist. Aber denk dran, schön Abstand von mir halten. Wegen dem Virus. Klaro, Faro. Na, sag mal, aber hast du mich rufen lassen, damit ich Abstand halten soll? Nein, Kasper. Ich, weißt du, ich bin sehr traurig. Ich hab doch morgen Geburtstag. Und naja, jetzt, jetzt muss die Feier doch ausfallen. Wegen diesem blöden Corona. Es darf doch keiner zu mir kommen. Du weißt doch, wenn irgendjemand dabei ist, der dieses komische Corona hat, dann können alle anderen doch auch krank werden. Ja, stimmt, Prinzessin. Und wie kann ich dir helfen? Ach, Kasper, du hast doch immer so tolle Ideen. Ich möchte doch trotzdem morgen meinen Geburtstag feiern. Hm. Ich weiß nicht, was ich morgen zum Geburtstag machen soll, ohne meine vielen Geburtstagsgäste. Hä, was kannst du machen? Na, Kopf stehen und lachen. Hä? Meinst du das ernst? Nein, das war doch ein Scherz. Also lass mich mal überlegen. Ja, jetzt fällt mir was ein. Du und deine Eltern, ihr könnt doch gemeinsam eine witzige Geschichte erfinden. Eine Geschichte? Ich kenne aber keine Geschichte. Du, das ist doch ganz einfach. Ich zeig dir mal, wie das geht. Also ich fange mit einem Wort an und du machst mit dem nächsten Wort weiter. Also, manchmal kommt ein dicker Pups aus meiner Nase und dann kann ich vor lauter Nebel nichts mehr sehen. Ist das lustig? Oh, ja, Kasper, das ist wirklich lustig. Das werde ich morgen mit meinen Eltern spielen. Aber hast du noch eine Idee? Hm. Weißt du, Geschenke sind doch jetzt sowieso nicht zu bekommen, weil doch alle Läden zu haben. Ruf doch bei deinen Freundinnen und Freunden an und frag alle, ob sie dir zum Geburtstag statt Geschenke vielleicht eine Spielidee schenken wollen. Und wenn sie selber keine wissen, dann können sie ja mal ihre Eltern fragen. Die haben bestimmt viele Ideen, was man noch so alles machen kann. Oh, Kasper, das ist eine tolle Idee. Da werde ich gleich mal alle anrufen. Dann wird der Geburtstag bestimmt noch ganz lustig werden. Oh, vielen Dank. Aber weißt du was? Ich habe noch eine Überraschung für dich. Da musst du mal mit ins Schloss kommen. Aber schön Abstand halten. Geh mal vor. Ach, wieder nicht erwischt. Irgendwann werde ich die Prinzessin aber doch noch erwischen. Wenn die aber weiter so vorsichtig ist, dann habe ich gar keine Chance mehr. Jetzt feiern die nicht mal mehr zusammen Geburtstag. So eine Feier, das wäre doch genau das Richtige für mich gewesen. Da hätte ich mich richtig doll vermehren können. Na ja, mir wird schon noch etwas einfallen. Oh, der Kasper kommt wieder. Ah, was hat er denn da auf der Nase? Ihhh, ich werde mich mal schnell wieder verstecken. Na, hoffentlich hat jetzt keiner Angst vor mir. Aber man erkennt mich ja noch an meiner Zipfelmütze. Wii, 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 wii. Die Schutzmaske habe ich von der Prinzessin. Eigentlich wollte sie die Morgen an die Kinder verteilen. Aber jetzt dürfen sie ja nicht zusammenkommen. Dafür habe ich jetzt eine Maske. Ja Kinder, und denkt dran, viel die Hände waschen und immer schön Abstand halten, wenn ihr unterwegs sein solltet. So, ich muss jetzt aber noch einkaufen. Tschüssi Kowski! Kowski 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 Untertitelung des ZDF, 2020